Willkommen zurück bei SCP-Containment-Breach. Ich würde gerade sagen, ich muss gerade mal hier meinen Sound adjustieren. Ich habe leider immer noch keine Ahnung, in welche Richtung ich muss. Aber das hier sieht schon ziemlich richtig aus. Denk ich mal. Shit. Oh shit. Der Bastard hat auf mich gewartet. SCP-682 hasst alles. Du musst so schnell wie möglich zerstört werden. Es ist nur zu schade, dass es nicht funktioniert, weil es ist ja nichts, als ob die SCP das nicht schon probiert hat. Mehrfach. Ich würde sagen... Hm. Okay. Das heißt, dieses Mal gehen wir nicht da lang. Fuck SCP-173. Okay. Raum. Äh. Access-Code. Jetzt sehe ich nicht, ob ich einen Access-Code besitze. Äh. Oh fuck. Shit, 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 shit. Fuck, das ist Radical Larry. Fuck, das ist Radical Larry. Von wo kommt er? Wir haben jemanden in den Korridor hier im Raufen ausgedrückt. Scheiße. Es gibt hier kein Entkommen? Super, alles was ich jetzt machen kann ist auf Larry warten. Das ist immer gekürte Scheiße, also das ist echt irgendwie... Es gibt keine Tür die mich hier rausführt. Aber der Radicali scheint weg zu sein. Ich höre seine Musik nicht mehr. Ich bin jetzt hier fest oder was? WTF? Hallo? Hätte ich das vorher gewusst, dann wäre ich glaube ich nicht einfach vor Larry abgehauen. Schön, kann ich neu laden. Oh mein Gott. Das stört... Ja. Klasse D-Personal. Die Typen, die also ruhig in Ruhe als Monsterlunch enden können. Das stört weniger Leute. Und mit weniger Leute meine ich niemanden. Oh Mann. Okay. Waren wir da oben also eingesperrt mit Radical Larry und der ist dann gegangen und hat mich allein gelassen. Warum hat die SCP... Warum haben die einen Bereich, wo es keine Tür gibt, die aufzumachen ist und ist kein... Also wo man mit Aufzug reinkommt, aber nicht mehr raus. Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Hm. Okay. Das heißt, wir müssen definitiv in die Richtung von 173. Was scheiße ist. Obwohl, ne. Ich muss eigentlich zu Radical Larry. Meine ich. Weil irgendwas war, habe ich mal irgendwo gelesen gehabt, war was irgendwie in seiner Pocket-Dimension. Also da muss man auf jeden Fall rein. Genau. Genau. Hier machen wir den Zug. Hier auf. In den Aufzug. Okay, Larry. Gucken wir mal, du f*** mal mit. Ja doch, der sieht schon hart creepy aus. Komm her, Larry! Aha! Genau. 9, 8, 9, 2. Wir müssen jetzt hier aber irgendwie raus. Ich habe den Tür-Code. Ich habe den Tür-Code. Ich habe den Tür-Code. What the f***? Ähm, ich habe es rausgeschafft, würde ich mal sagen. I need a car to, äh, a car to operate this door. door. With fire security clouds. Ach, schön, dass ich natürlich noch keine von denen habe. Okay. Ich meine, das ist sogar in seine Containment-Cell. Das ist so seltsam, hey. Ich habe den Tür-Code. Imure breaker. Und der Tür-Code. Und der Tür-Code. Und der Tür-Code. Hallo? Hallo? I just couldn't leave. Please! I just couldn't leave. Please! Hallo? What the fuck? Moment. I got nothing. I got nothing with the gate. You can't win. wieso, ich bin gemischt, aber ich glaub ich hab ihn nicht eingesperrt wie der aussieht hau ab larry geh weg au ich hab mir keine nacken verpasst jetzt bin ich schon wieder in der schade, ich dachte eigentlich, ich hätte ihn reingefangen aber ich hab glaub ich irgendwas falsch gemacht bravour jetzt ist es fraglich, ob ich hier nochmal rauskomme ich lauf zwar schräg oh mein god, ich bin der crook ok zack zack fuck you fuck you so ha wow ich dachte jetzt schon ich wär raus aber nein scheinbar nicht das sieht aber schon ganz richtig aus sprung was? scheiße das war eine verdammte Falle a fucking trap son of a fucking hell was? wo bin ich? ähm hm ok wow wot the fuck Exemplate der Penaster ist reingelegt It was a trap, you son of a fucking Oh my god Ich glaube, ich kapiere Ich glaube, ich sterbe Ich würde sagen, Fokus, Fokus und dann vorwärts Oh shit Das nächste Mal, wenn er vorbeigeht, gehe ich Los, 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 los Ich weiß nicht, was daran so lustig ist, Larry Na gut, an der Stelle werde ich diesen Part beenden Ich danke vielmals fürs Zuschauen Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat Und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet Ansonsten Bis zum nächsten Mal Ciao